Der deutsche Maler Otto Dix gehörte der neuen Sachlichkeit an. Diese Malergruppe wollte die Dinge und Menschen so malen, wie sie sind. Eben sachlich, ohne Schnickschnack, ohne Kommentar, nur den Menschen. So porträtierte Otto Dix etwa keine Helden oder Figuren der griechischen Mythologie oder gar Könige in prächtigen Mänteln. Er wollte ganz nüchtern die Menschen seiner Zeit darstellen. In diesem Stile hat Otto Dix eine ganze Reihe von Porträts angefertigt. Er hat viele unbekannte, aber auch berühmte Personen seiner Zeit gemalt. Herr Udzarski auf unserem Bild zum Beispiel war Schriftsteller und Maler. Otto Dix hat Personen aus ganz verschiedenen Berufen und in verschiedenem Alter porträtiert. Arme, Reiche, Menschen aus der Stadt, Menschen aus dem Lande, Arbeiter, Philosophen. Dabei entstand ein Querschnitt in Bildern durch die Bevölkerung.